Wir sind jetzt hier in Frankfurt am Main und müssen nach Norwegen, Dürfen, Amsterdam. Das Problem ist folgendes. Wir versuchen seit zwei Stunden das Auto zu parken, aber es ist einfach zu groß für den Flughafen. Und langsam stellt sich die Frage, werden wir es schaffen? Um auch dann das Flugzeug zu bekommen. Wir haben das Problem, das ist ein Wellet Parking Service beauftragt. Der hat aber nicht gewusst, dass das Auto so hoch ist. Damit habe ich noch nichts zu tun. Wer könnte uns denn da weiterhelfen? Wir brauchen jetzt zur Hauptkasse runter in die Leitwarte. Wenn Sie wieder rausfahren, links die Rampe runter. Das Problem ist, dass unser Flug jetzt dann gleich geht. Da kann ich Ihnen nicht helfen. Wir haben es geschafft. Wir sind im Flughafengebäude angekommen. Während sich die eine Gruppe ums Loswerden des Fahrzeugs gekümmert hat, hat die andere Gruppe das Einchecken klar gemacht. Und nicht schlecht. Jetzt sind wir auf Frankfurt am Flughafen. Wir sind jetzt in der Bus, die uns auf dem Flughafen, die gerade hinter dir ist. Ja, wir sind in Stavanger. Wir sind im Flughafen, die alle gleiche, wenn wir auf der Flughafen und auf den Flughafen kommen. Wir warten auf die Lager. Unser Taxi, der Hotel hier in Stavanger. Hier haben wir eine kleine Karte, um zu sehen, wo wir gehen können. Stavanger. Wir nehmen den Ferry und gehen all den Weg nach Wiktor. Ich liebe ihn von Stavanger. Ich liebe ihn von Stavanger. Das ist mein Stavanger. Der Hauptverletzte Tatsache. One man, one boat, one bus. So we are now about to take a little round trip around the place where we play and enjoy the nature, take a short walk, never mind the rain. So we are on a little trip with our Norway Experience bus here and now we are about to go to the harbor of Stavanger to make the trailer for our new CD which will be called Acoustic Club Crawl. The truck, the tent, the pet. We almost reached the end of our little trip. Back to Stavanger. It's better to let it be better to grab and now what should I do? I said it's better to let it be better to grab and now it's all up to you. Better to let it be better to grab her or better to get her or better to live her. He got it in June as she entered the room. What the hell!